Mein Aschaffenburg, ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Dornröschen, Doktor Faust oder die Schneekönigin. Bei der Aufnahme dieser 81. Folge von Mein Aschaffenburg gab es nicht nur einen Gesprächspartner, sondern auch viele kleine Zaungäste. Kein Wunder, war ich doch im Meiner Schaffer Marionettentheater Puppenschiff mit Vorstandsmitglied Christoph Fühnlein verabredet, mit dem ich plaudern wollte. Über eine außergewöhnliche Bühne in der Meinaschaffer Schulstraße, das große Repertoire des Marionettentheaters, sowie über die vielfältigen Einsatzgebiete der ehrenamtlich Beteiligten. Zudem verrät mir der 40-jährige Mechatronik-Ingenieur, wie es um den Nachwuchs an Puppenspielern bestellt ist, welches Stück als nächstes aufgeführt werden soll und worin für ihn selbst der Reiz des Puppenspiels liegt. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.meien-echo.de. Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit an einem ungewöhnlichen Ort. Da sich aber heute ja hier eh kein Vorhang mehr hebt, es ist ein Dienstagabend, freue ich mich sehr darauf, dass wir uns jetzt einfach unterhalten können über das Puppenschiff. Hallo Christoph. Hallo Nina, schön, dass du da bist und mich hier im Theater besuchst. Ja, es hat lange gedauert. Ich war hier mal als Kind, also nicht nur einmal schon, sondern wirklich mehrfach, aber die letzten Jahre oder wahrscheinlich ja auch wirklich ein Jahrzehnt schon nicht mehr. Das muss sich ändern. Wie schön, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast. Ja, der war mir tatsächlich noch bekannt, auch wenn ich damals mit Sicherheit nicht selbst gefahren bin, sondern gefahren wurde, aber tatsächlich das Glitzern eurer Kugel und auch der große Leuchter und der Eingangsbereich, das habe ich nicht vergessen. Ganz vertraut. Ja, es gab aber damals noch MCs. Genau, ja, die gibt es heute nicht mehr, aber es gibt CDs von unseren Stücken. Ja. Ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber... Ja, vielleicht werdet ihr auch irgendwann was drüben. Auf den MCs waren früher immer nur die Lieder drauf und heute ist das ganze Stück vertreten. Kannst du dich noch an ein Stück erinnern, das du hier gesehen hast? Ich muss tatsächlich nachschauen. Ich erinnere mich an eine quietschgelbe und eine tiefrote MC. Und es gibt es ja schon sehr lange und auch unsere Stücke sind schon lange existent. Stücke wie Das bunte Kind vom grauen Stern war ein selbstgeschrieben oder ist ein selbstgeschriebenes Märchen noch von Bernd Weber. Oder Der Zauberer Bebra, Kadebra und sein singendes Zebra. Das hat, glaube ich, auch schon viele verzaubert bisher. Ich werde tatsächlich das nächste Mal zu Hause bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer sofort stöbern. Ich werde es nachreichen. Bitte, bitte. Und beide Stücke laufen immer noch. Das heißt, es gibt auch die Gelegenheit, die wieder zu sehen. Und dann einfach mal zu gucken, wie man es dann empfindet aus den Augen einer Erwachsenen. Ja, ganz spannend. Ja, aber du hast schon das Stichwort geliefert. Lange. Ihr seid schon lange hier in Meiner Schaff. Sehr, sehr lange. Ich würde einfach sagen, das Puppenschiff ist eine Institution. Du hast auch schon einen Namen genannt. Ohne den würde es das Puppenschiff so nicht geben. Ihr habt 2020 sogar das 30. Jubiläum feiern können. Euch gab es jetzt eben vor drei Jahren schon seit 30 Jahren. Das ist eine unheimlich lange Zeit im kulturellen Betrieb. So lange vor allem an einer Stelle. Wobei es gibt euch ja viel länger. Das Puppenschiff ist eben hier in Meiner Schaff seit 30, gut 30 Jahren beheimatet. Aber das ist gar nicht das Gründungsjahr. Richtig, genau. Du hast gerade schon, ich wollte gerade einhaken oder sagen. Ja, genau. Seit über 30 Jahren, seit 1990 hier im Haus, in Meiner Schaff, im Theater in der Krone ansässig. Aber das Theater selbst oder das Puppenschiff selbst wurde 1973 von Bernd Weber gegründet. Er hat da Stücke entworfen, hat Marionetten gebaut. Und in und rund um Aschaffenburg Vorstellungen gespielt. Weißt du oder kannst du erzählen, wie es dann dazu gekommen ist, dass hier eine Heimat, eine permanente Heimat gefunden wurde? Ich glaube, mit einer Marionettenbühne immer zu reisen, hat auch einfach einen gewissen Aufwand. Und ich glaube, in einem Saal zu verzaubern, eine Atmosphäre zu schaffen, hat einfach nochmal einen ganz anderen Charakter. Ich glaube, zu der Zeit hat sich das einfach auch so ein bisschen ergeben. Bernd Weber oder das Puppenschiff haben ein festes Haus gesucht. Der Saal hier war frei. Wobei man auch sagen muss, er sah damals nicht so aus, wie er jetzt aussieht. Da wurde in vielen, vielen jahrelangen Arbeiten der Saal so hergerichtet, wie er heute aussieht. Und der ist wirklich ganz besonders. Ich glaube, man muss einfach diesem Theatersaal auch mal noch zwei, drei Worte widmen. Er hat auch eine ganz bedeutende Historie. Er hat auch mit den Amerikanern, die ja hier in der Gegend stationiert waren, zu tun. Er war ein Tanzsaal. War ein Tanzsaal, war eigentlich ursprünglich mal ein Wirtshaussaal. Und sie ist für ganz viele verschiedene Dinge genutzt worden. Wobei ich auch gestehen muss, in der Historie, was hier alles drin war, bin ich gar nicht so sehr drin. Ich bin zwar auch schon lange aktiv im Puppenschiff, aber ja in den 90ern mit dazugekommen. Und seitdem begeisterter Marionettenspieler und auch für alle anderen Tätigkeiten im Theater zu haben. Ja, aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du damals gesagt hast, Ja, da will ich mich einbringen und halt doch vielleicht dieser Faszination, dieser Magie dieses Puppenspiels erlegen bist. Grant Weber hat ja zu seiner Zeit als Volksschullehrer oder zu den Anfängen hier im Theater in den Sommermonaten zum Teil Menschentheater mit einer Jugendtheatergruppe gemacht. Und in dem ersten Jahr weiß ich, waren Freunde von mir dabei und das war einfach interessant und spannend, da auch mitzumachen. In dem nächsten Jahr durfte ich auch mitspielen. Und am Ende dieser Saison hat das Team vom Puppenschiff gefragt, ob wir nicht Lust haben, Marionettenspielen zu lernen. Und das waren einige Freunde von mir, die dann gesagt haben, ja, wir probieren das einfach aus. Und das war eine ganz tolle Truppe, mit der wir zusammen hier das Marionettenspielen gelernt haben, das Theater lieben gelernt. Und ja, so viele Jahre lang bis heute immer noch dabei. Ja, es ist ein Haus, in dem eben nicht Schauspieler, sondern Marionettenpuppen die Hauptrolle spielen. Trotzdem ohne Menschen würde es natürlich nicht funktionieren. Du hast ja schon gesagt, das mit Musik eingespielt. Erzähl uns mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Du bist eben hinter der Bühne. Du bist zwar auf der Bühne, aber du bist ja nicht zu sehen. Genau, an sich als Marionettenspieler gibt es eine Marionette, der ist ja an sich eine Puppe an Fäden. Man hat, sage ich mal, oberhalb von der Bühne ein Spielkreuz in der Hand, mit dem man die Marionette führen kann. Und das ist gar nicht so einfach, durfte ich gerade lernen. Aber jeder kann es lernen. Das stimmt. Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich eben auch. Wenn man einfach ein bisschen Übung hat, du hast auch das schöne Beispiel Autofahren gebracht. Klar, da hat man sich damals auch gedacht, um Himmelswilden kuppeln, schalten, lenken, auch noch gucken und blinken. Das wird nie was. Ich gebe auf, ich fahre Fahrrad. Aber heute, ja, wir fahren. Ohne drüber nachzudenken. Und ich kann auch sagen, also eine Marionette hat ja an sich gar nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten. Eine Marionette kann laufen. Eine Marionette kann die Hände heben und wieder senken. Und eine Marionette kann ihren Kopf bewegen. Also hauptsächlich drei Bewegungen. Ja, jede einzeln für sich muss man erst mal lernen. Und alle drei in Kombination erfordern ein bisschen Übung. Aber wenn man das eine Weile gemacht hat, dann kann man das auch wirklich, ohne drüber nachzudenken, eine Marionette zu führen. Ja, und so ist es ja tatsächlich auch jedem von euch ergangen. Es ist ja keiner von euch ausgebildet. Es ist hier kein Betrieb, der ausgesprochenen Experten sucht, sondern jeder ist tatsächlich willkommen. Richtig, jeder ist willkommen. Jeder darf und soll gerne Marionettenspielen lernen oder einfach ausprobieren. Wir sind immer auf der Suche oder auch gerade ganz stark auf der Suche nach motivierten Leuten, die einfach Lust haben, mit uns Theater zu spielen. Marionettenspielen kann jeder lernen. Ich selbst biete gerne Dienstagabends Anfängerproben an. Auch weitere hier bei uns bieten, glaube ich, Freitagabends Proben an. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und man kann das einfach mal, ich sag mal reinschnuppern, einfach mal ausprobieren. Habe ich da Spaß dran? Habe ich da Lust drauf? Und man muss sich auch gar nicht irgendwie groß verpflichten zu irgendwas. Man kann das ausprobieren. Wir haben in jedem Stück, ich sag mal, kleine Anfängerrollen, wo einfach mal eine einzelne oder eine zweite Marionette auf die Bühne kommt, ein, zwei Sätze hat und wieder abgeht. Immer begleitet von weiteren Spielern. Und so kann man da ganz gemütlich einsteigen und kann auch durchaus sagen, jetzt spiele ich mal, lerne ich eine Rolle in, weiß ich nicht, dem gestiefelten Kater. Der wird zweimal aufgeführt und dann brauche ich zwei Monate Pause, weil ich, weiß ich nicht, andere Verpflichtungen habe. Aber einfach mal ausprobieren. Genau, und es braucht auch keiner, weil du eben gesagt hast, ein, zwei Sätze fallen. Keine Angst haben, dass er die auch noch sprechen muss, weil die kommen ja tatsächlich schon aufgezeichnet vom Band. Genau, alle unsere Stücke sind vorher in einem Tonstudio aufgezeichnet und laufen sozusagen Playback. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen dann doch vielleicht eine Hemmschuh zu sagen, oh Gott, ich bin jetzt dann doch vielleicht Schauspieler. Das Tolle am Marionettenspielen ist, was ich auch selber sagen muss, ich stehe selbst nicht gerne im Rampenlicht und man tut es nicht, sondern nur die Marionette unter einem. Ja, die ist ja auch sehr herausgeputzt dafür. Genau, ja. Du musst uns mal so ein bisschen was zu eurem Repertoire verraten. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr groß. Es sind zum einen Teil Kinderstücke, die laufen auch sehr, sehr lange, viele Jahre teilweise. Dann nehmen die wir Erwachsenenstücke und dann gibt es bekannte Literaturumsetzungen. Und die sind ja wirklich teils als Stück schon so komplex, dass man denken könnte, oh Gott, oh Gott, ihr wagt euch da wirklich an richtige Brecher. Dankeschön. Da muss man sagen, du hast das ganz gut zusammengefasst. Wir haben an sich mehr oder weniger drei oder vier Kategorien an Stücken. Einmal die Kinderstücke, das sind in der Regel Märchen. Einmal Märchen, die man kennt, Grimms Märchen, Der gestiefelte Kater, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Aber auch noch selbstgeschriebene Stücke von Bernd Weber. Ich habe das mal eingangs erwähnt. Das Bunte Kind vom Grauen Stern wird nach wie vor noch gespielt. Oder auch Der Zauberer Bebra Kadebra. Für Erwachsene haben wir eben einmal Literaturumsetzungen, was du gerade angesprochen hast. Wir haben eine wahnsinnig schöne Inszenierung von Shakespeare's Sommernachtstraum. Und für alle, denen in den letzten Tagen ein bisschen kalt geworden ist, kommt doch entweder am 28. Oktober Samstagabend oder am 11. November zu uns ins Theater, um unseren Sommernachtstraum zu sehen. Es gibt auch nicht nur den Sommernachtstraum, sondern auch Macbeth von Shakespeare. Genau. Wir haben weitere Literaturumsetzungen, Macbeth von Shakespeare. Wir haben auch Die Odyssee oder auch eine Inszenierung von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und auch ironisch-humorvolle Abwandlungen wie im Western nichts Neues. Genau. Wie kommt es denn dazu? Wir haben eben neben den Literaturumsetzungen auch selbstgeschriebene Kabarets. Die Kabarets sind in der Regel auch von Bernd Weber geschrieben. Wie du sagst, im Western nichts Neues. Oder auch eine schöne Persiflage zu Schneewittchen heißt, wer ist in mein Fettnäpfchen getreten. Da muss man sich einfach drauf einlassen und einen lustigen, humorvollen, schönen Abend im Puppenschiff verbringen. Wie viele Stücke habt ihr denn überhaupt insgesamt im Repertoire? Kannst du das in etwa abschätzen? Das kann ich jetzt tatsächlich so gar nicht so sagen. In der Regel spielen wir Stücke, ich sag mal die meisten Stücke, alle ein bis zwei Jahre. Haben wir sie im Programm und spielen sie zwei oder dreimal hintereinander und die werden immer wieder neu aufgenommen. Es gibt Klassiker wie der gestiefelte Kater oder auch unser Weihnachtsstück Jammu und sein Dromedar. Die sind jedes Jahr wieder im Programm. Die kann eigentlich fast jeder schon spielen. Auch da gibt es kleine Anfängerrollen, die man lernen kann, um da dabei zu sein, um vielleicht noch mal so das Literarische für Kinder den Bogen zu spannen. Wir haben eine ganz tolle Inszenierung von der Zauberflöte, Mozarts Zauberflöte für Kinder, in der eine Maus und ein Helm durch das Stück durchführen. Und ich habe wahnsinnig große Lust, wir haben das schon ein paar Jahre nicht mehr im Programm gehabt, wahnsinnig große Lust, das im Frühjahr wieder mit aufzunehmen ins Programm. Ja, und hoffe, dass ich genügend Spieler finde, die Lust haben, das mit mir zu proben und wieder auf die Bühne zu bringen. Oh ja. Wie viele Spielende sind denn überhaupt an Bord? Wie viele helfende Hände sind hier momentan? Ich weiß nicht, sind die überhaupt dann alle in dem Verein wirklich auch Mitglieder oder kann man sich einbringen, ohne Mitglied zu sein? Man muss, also der Verein ist letztlich der Träger des Puppenschiffs. Um hier im Theater mitmachen zu können und zu dürfen, muss man nicht zwingend im Verein sein. Man muss sich zu nichts verpflichten, man muss nichts unterschreiben, man darf einfach dabei sein und Spaß mit uns haben. Ja. Wer entscheidet denn mittlerweile, nachdem es Bernd Weber ja nun mal nicht mehr kann, welche Stücke vielleicht gehen müssen, welche neu hinzukommen? Ist es eine demokratische Entscheidung? Kann man auch ein bisschen so sagen, ja. Bernd Weber war ja ein Multitalent, der einfach wirklich, ich sag mal, alles konnte. Nachdem er gestorben war, haben wir uns so ein bisschen orientiert in wer hat so seine Stärken und das ist einfach ein Team geworden, die solche Dinge entscheiden. Ich sag mal, ganz einfach ist es eigentlich bei neuen Stücken, weil es ist ja nicht so, dass es unendlich viele Stücke und Textschreiber gibt, sondern jeder, der die Idee hat, ein Stück zu schreiben, darf natürlich gerne seine Ideen mit einbringen. Und meistens passiert es dann in einer Kooperation von verschiedenen vielen Leuten, die zusammen dann ein Text für ein neues Stück schreiben. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der meinEcho Newsflat seid ihr immer up to date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht es auch schon weiter mit unserem Podcast. Darfst du denn vielleicht schon etwas Neues verraten? Was ist vielleicht gerade in Planung? Ich muss sagen, ja, es ist etwas in Planung. Ich kann auch sagen grundsätzlich, was in Planung ist. Es gibt einen schönen Text von dem kleinen Prinzen, den wir umsetzen. Ich muss aber auch sagen, du hattest gerade kurz vorher noch gefragt, wie viele Leute sind denn bei euch dabei? Ich sage mal, es sind so zwischen 10 und 15, vielleicht auch 20 Leute. Aber das ist nicht so, dass jeder jede Woche andauernd da und dabei ist. Jeder bringt sich so viel ein, wie er sinnvoll einbringen kann. Und wie ich auch sagte, wir sind ganz stark auf der Suche nach neuen Marionettenspielern oder nicht nur Marionettenspielerinnen, sondern auch für alle anderen Tätigkeiten rund ums Theater. Wir machen natürlich Vorverkauf. Wir verkaufen Getränke während den Vorstellungen. Der Theatersaal muss vorbereitet auch nachbereitet werden. Und wenn es jetzt eben zu einem neuen Stück kommt, dann müssten wir eigentlich in die Werkstatt gehen, um dieses Stück eben neu zu produzieren. Und da kann ich ehrlich sagen, da fehlt uns ganz akut die Zeit und die Manpower. Aber ihr hättet zumindest ein Ziel, der kleine Prinz auf der Bühne des Puppenschiffs hier in meiner Schaff. Nur die Zeit ist momentan der Faktor, der wahrscheinlich bestimmen wird, wann er zu sehen sein wird. Genau. Ich mache aktuell keine Prognose, aber ich kann versichern, als nächstes wird der kleine Prinz auf die Bühne kommen. Und dann wird es auch wahrscheinlich neue Puppen geben. Könnt ihr denn bei dem einen oder anderen Stück vielleicht auf Puppen zurückgreifen oder jetzt im Hinblick auf der kleine Prinz, die vielleicht schon existent sind? Oder muss für jedes neue Stück auch ein kompletter Satz neue Puppen her? Das funktioniert tatsächlich gar nicht besonders gut, Puppen wiederzuverwerten, weil es müsste schon die Größe, der Ausdruck und das Kostüm passen, weil Marionetten umziehen geht einfach nicht, weil die aufgehängt sind. Und auch Kostüme sind nicht dafür gemacht, die zu wechseln, sondern die sind mehr oder weniger fest, zum Teil auch verklebt an der Puppe dran. Und auch jedes Stück hat so ein bisschen seinen eigenen Stil, weil es ja zu einer bestimmten Zeit mit bestimmten Leuten entstanden ist. Da gibt es in der Regel für jedes Stück einen komplett neuen Satz an Marionetten. Und jetzt wirst du mal vielleicht eine Zahl nennen, die beschreibt, wie viele Stunden man für eine Puppe investieren muss und dann wird es einem. Also ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen wirst und da wurde es mir schier blümerant, weil wenn du schon sagst, euch fehlt die Zeit, ist es schon Wahnsinn, was eine Puppe an Arbeitsaufwand bedarf. Ich finde das auch wieder ganz schwierig zu beantworten, weil das ist ja auch wieder ganz individuell. Bei uns im Theater kann jeder alles lernen. Ich selbst habe das Marionettenspielen gelernt, ohne irgendwas vorher zu können. Ich habe in der Werkstatt gelernt, Marionetten zu bauen, ohne vorher irgendwelche Ausbildungen oder sonst was zu haben. Und eben, ich sage mal, wenn jemand das schon oft und viel und lange gemacht hat, Bernd hat immer gesagt, ja, eine Marionette 40 Stunden. Ich finde es maßlos untertrieben. Also ich glaube, man braucht viel länger für eine Marionette. Aber 40 Stunden sind nun mal einfach schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Zumal man ja sagen muss, wir sind ein vollständig ehrenamtlich betriebenes Theater. Wir alle machen das in unserer Freizeit mit viel Spaß und Begeisterung. Naja, und jeder weiß eben auch, wie viel Zeit kann man denn neben allem anderen, was man zu tun hat, aufbringen. Ja. Aber auch da hast du vorhin mir schon verraten, selbst die Herstellung der Puppen kann man lernen. Man meint ja, dass das wirklich eines Profis bedarf, aber so ist es gar nicht. Auch da darf man sich einbringen. Der eine kann es vielleicht nachher besser als der andere. Aber auch da seid ihr wirklich froh, wenn sich da einer berufen fühlt, eben Puppen herzustellen. Sehr, sehr gerne. Man glaubt immer, eine Marionette zu bauen, ist ein Kunstwerk. Und man muss Künstler sein, um das tun zu können. Und ich sage mal, zu mindestens 80 Prozent ist es Handwerk. Ja, natürlich, einen Kopf zu modellieren, einen Ausdruck in ein Gesicht reinzubringen, dafür muss man ein gewisser Künstler sein. Und ich kann es auch ehrlich sagen, ich kann es nicht. Ich kann keine Köpfe modellieren, aber ich muss es auch nicht. Ich kann Marionettenkörper bauen, ich kann Hände in Form schleifen, ich kann auch Puppenköpfe vielleicht anmalen, aber einen Ausdruck reinzubringen, das kann ich tatsächlich nicht. Jetzt verrate uns doch mal, Hände und Füße bestehen aus Holz. Unsere Marionetten bestehen der Körper an sich aus Holz, zum Teil mit ein bisschen Styropor aufgepolstert, dass eben das Gewicht möglichst klein bleibt. Unsere Hände und Füße oder Schuhe sind in der Regel mal eine Form entstanden und werden aus einem Gießharz abgegossen. Aber auch ein abgegossener Fuß, der kommt nicht schon wirklich formschön aus dieser Form raus, sondern die Grundform ist erhalten und da gibt es immer noch Nacharbeiten zu tun. Und der Kopf an sich? An sich werden unsere Köpfe modelliert, das heißt, man hat einen Kern. Wir benutzen tatsächlich häufig irgendwie zum Beispiel Alufolie, dass es innen möglichst hohl und leicht bleibt und außenrum wird eine Modelliermasse aufgebracht. Ja, und das entsteht tatsächlich, hast du mir vorhin auch verraten, gar nicht hier in meiner Schaf, sondern ihr habt auch in der Stadt noch einen Raum, in dem ihr wirklich werkeln könnt und dürft. Wir haben eine vollständige Werkstatt in der Innenstadt, in der Schaffenburg, an sich in der Riesengasse unterm Gulli angesiedelt. Da haben wir drei oder vier Räume, die wir da benutzen dürfen und haben da eine Holzwerkstatt, eine Schleifwerkstatt und auch ein bisschen, sagen wir mal, eine Malwerkstatt oder Kostümwerkstatt, wie auch immer. Sobald aber dann die Popo komplett fertig ist, darf sie umziehen nach Meiner Schaf? Genau. Während einer Produktion machen wir ganz viel eben in der Werkstatt selbst, weil wir hier in Meiner Schaf gar nicht so viele Räumlichkeiten haben, hauptsächlich den großen Theatersaal. Hier wird natürlich auch mal Kulissenbau betrieben. Und wenn die Marionetten fertig sind, dann müssen sie aufgehängt werden und mit ihnen geprobt werden, vielleicht modifiziert werden im Rahmen von einer Neuinszenierung, von einer Neugestaltung, von einem neuen Stück. Kannst du in etwa abschätzen, wie viele Marionetten mittlerweile hier Bewohner des Hauses sind? Gezählt hat sie noch niemand, aber ich würde sagen, in die Richtung 800 bis 1000 kann man bestimmt zählen. Ich weiß nicht, du hast vorhin hinter die Vorhänge geschaut, das war nur die eine Seite. Das ist ein ziemlicher Schatz. Ich glaube, man kann den Wert einer Marionette gar nicht bestimmen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Kulturschatz, den wir hier beherbergen und uns freuen, den noch möglichst lange ausspielen zu können. Ja, dazu gehören natürlich auch wieder Zahlen. Auch bei euch funktioniert nichts ohne das, liebe, schnöde Geld. Wie finanziert ihr euch denn? Ihr seid eben ein Verein. Der eine oder andere wird eben einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ansonsten Abendkasse, die Tickets. Genau, wir haben an sich, finanzieren wir uns durch die Eintrittspreise. Der Saal hier ist gemietet, das heißt, wir müssen jeden Monat Miete zahlen. Wir haben natürlich einen geringen Mitgliedsbeitrag, das heißt, jeder, der uns einfach auch als Mitglied passiv unterstützen möchte, darf gerne Mitglied werden und einen kleinen Beitrag im Jahr an das Puppenschiff zahlen. Denn unsere Eintrittspreise sind sehr human, weil wir einfach wollen, dass wirklich jeder sich das leisten kann und ja, eine Vorstellung zu besuchen, einfach Spaß bei uns zu haben. Das heißt, aktuell sind unsere Preise, ein Kinderstück für ein Kind, 5 Euro für Erwachsene, 7 Euro. Ein Erwachsenenstück in der Abendvorstellung liegt bei 12 Euro. Wie habt ihr euch durch die Corona-Zeit navigiert? Ich weiß von einem Livestream. Durch die Corona-Zeit navigiert ist eigentlich gut. Wir hatten ganz viele Spenden, die uns erreicht haben. Es gab Musikauftritte, es gab einen Livestream von befreundeten Musikern, die einfach für uns gespielt haben, für uns Livestreams gemacht haben, um Spenden zu sammeln und so durch die schwierige Zeit, während Theater schließen mussten, durchzukommen. Ja, ihr konntet wahrscheinlich zumindest in der Zeit, in der noch geöffnet sein durfte, von dem doch relativ großen Saal auch profitieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute gehen rein zu normalen Zeiten? Es ist ganz klar begrenzt, es dürfen 99 Zuschauer in den Saal rein. Das hat einfach eine brandschutztechnische Beschränkung reinpassen, würden theoretisch mehr. Genau. Und als ihr damals mit Sicherheit weiterstellen musstet, durften vielleicht immer noch... Zwischen 30 und 50, je nachdem, welche Beschränkung gerade aktiv war. Und wie in allen anderen Theatern auch, das war eine harte Zeit. Aber es war für euch nachher keine Frage, dass es, als es wieder möglich war, wieder losging. Wir wollten auf jeden Fall weitermachen und das muss ich auch einfach sagen, jeder, der Theater spielt, vor einem großen Publikum zu spielen, ich sage mal, von einem vollen Haus zu spielen, das ist einfach als Akteur, wow, einfach toll. Und sobald wir wieder die Tore aufmachen durften, war für uns klar, das wollen wir auch wieder erleben. Ihr seid am Start. Was macht denn für dich die Magie des Puppenspiels aus? Du bist jetzt so lang dabei, es muss ja für dich einen besonderen Reiz haben. Auf was kannst du das fokussieren? Was ist für dich das Besondere am Puppentheater? Ich finde es einfach wahnsinnig toll, andere Menschen ein Leuchten in die Augen zu zaubern, wenn sie zuschauen, wie ich meine Marionette führe. Hat es dich jemals gereizt, auch selbst auf der Bühne zu stehen und zwar so, dass man dich auch sieht? Ganz und gar nicht, wie ich glaube, ich habe es vorhin schon mal eingangs erzählt. Ich stehe selbst überhaupt nicht gerne im Rampenlicht. Ich freue mich, wenn das meine Marionette tut und die Marionette das tut, was ich auch möchte. Natürlich passiert es auch immer, dass sie das nicht tut. Was ist denn das Schlimmste, was dir überhaupt als Puppenspieler passieren kann? Ist es das Verheddern der Fäden oder vielleicht etwas ganz anderes? Ich finde, ja, nein, Fäden können reißen. Mir ist es einmal passiert, wir haben eine Inszenierung vom Dr. Faust. Der Faust wird bei uns nur mit zwei Spielern gespielt und es gab eine Szene, da standen acht Teufel und ein Faust auf der Bühne und mir ist eine Kordel von vier Teufeln gerissen. Und ja, die Teufel segelten Richtung Boden, ich konnte sie noch auffangen. Und auch das war aber wahnsinnig toll, weil es war klar, mein Spielpartner, dem war klar, ich kann jetzt gerade nichts anderes machen, weil ich muss die Teufel festhalten. Und ja, das war ein spannender Augenblick. Ja, da hat es Stück in eine ganz andere Wendung genommen. Das nicht. Ja, wir haben es dann noch gekriegt, der Teufel hat den Faust dann doch noch eingeholt. Und da muss man einfach sagen, ja, das passiert, eine Marionette verheddert sich, ein Faden reißt. Gehört dazu. Es passiert einfach und das gehört dazu und das macht auch ein bisschen den Reiz aus, das dann trotzdem hinzukriegen. Ist es für dich vielleicht auch ein Kontrast zu deinem beruflichen Alltag, ein Ausgleich? Auf jeden Fall auch ein Ausgleich. Ich bin von Haus aus Mechatronik-Ingenieur, ich bin in einem Büro tätig hauptsächlich und natürlich ist es einfach eine, wie soll ich sagen, ganz andere Welt, in die man auch ein bisschen entflüchten kann. Ja, andere Welt im positivsten Sinne. Ich möchte aber vielleicht provokant jetzt an dieser Stelle einfach mal fragen, was entgegnest du vielleicht Leuten oder was würdest du Leuten entgegnen, die sagen, Puppentheater, das ist doch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist ja nicht unbedingt so das aktuellste Medium, aber garantiert hast du da etwas zu entgegnen. Ja, das ist nicht das aktuellste Medium. Puppenspiel hat einfach eine ganz eigene Faszination. Wenn man die Marionette auf der Bühne sieht und die Atmosphäre im Theatersaal wahrnimmt, hat das einen ganz anderen Zauber. Ja, Marionettenspielen ist langsamer, viel langsamer als andere Medien. Aber es hat eine eigene Faszination, einen eigenen Zauber. So eine Marionette besteht aus Holz und Stoff und Schrauben und kann wirklich Menschen, die an Träume glauben, verzaubern. Jetzt wäre das schon das perfekte Schlusswort, aber ich habe ja auch noch die kleine grüne Fragenbox für dich. Und zum Zweiten würde ich wirklich gerne wissen, gibt es Personen, die dem Zauber schon ähnlich lange wie du erliegen und regelmäßig kommen, die vielleicht schon so lange kommen, dass jetzt die nächste Generation schon bei den Besuchern dabei ist? Definitiv. Also ganz, ganz häufig hören wir auch, ich war hier schon selbst als Kind und meine Kinder oder ich war mit meinen Kindern hier und bin jetzt mit meinen Enkeln hier, hatte letztens tatsächlich mit unseren Nachbarn ein, ich sage mal, Zaungespräch, die auch sagten, Ja, wir waren mit unseren Kindern da und jetzt, ach ja, toll, wir kommen mit unseren Enkeln wieder vorbei. Und natürlich auch gerade unser Weihnachtsstück. Wir haben ganz viele Familien. Für die ist es auch ein bisschen ein Ritual geworden, im Dezember, in der Adventszeit, in unsere Weihnachtsinszenierung von Jamu und seinem Dromedar zu gehen. Ihr seid auch in der Region hier ziemlich einzigartig. Weißt du von ähnlich aufgestellten Bühnen hier in der Region, die eben sich auch dem ausschließlich Puppenspiel widmen? Ich würde sagen, in der Region kein weiteres wirklich Marionettentheater so. Wobei ich auch gestehen muss, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Wir lassen es einfach mal dahingestellt. Jeder, der sich da vielleicht bemüßigt fühlt zu googeln, bitte sehr. Wir freuen uns über Updates. Auf jeden Fall. Gerne uns beide bekehren oder belehren. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es hier so auf Weiterflur nichts weiteres gibt. Du bist dran. Drei Fragen aus der kleinen grünen Fragenbox. Ich habe die Karte gezogen. Mein Vorbild ist. Ich kann gar nicht sagen, dass ich so ein richtiges Vorbild habe. Das, hm, ja. Nee, kann ich einfach. Was das Puppenschiff anbelangt, ist vielleicht so euer aller Mentor nach wie vor Bernd Weber, auch wenn er nicht mehr da ist? Definitiv. Von Bernd habe ich auch ganz, ganz viel gelernt. Ich habe ganz viele Auftritte mit Bernd zusammengespielt. Nicht nur hier im Theater, sondern auch Sondervorstellungen. Bernd hat ja auch gerne mal für Geburtstage oder Feiern eigene Kreationen geschrieben. Und da war ich ganz, ganz viel mit ihm zusammen unterwegs. Und das hat immer, würde ich sagen, hat mich auch stark geprägt, mit ihm zusammen Theater zu machen. Genau. Mittlerweile ist auch in Stockstadt ein Platz nach ihm benannt. Genau. Der Platz, der Bernd-Weber-Platz in Stockstadt, das ist tatsächlich da, wo das Wohnhaus stand, in dem er zuletzt gelebt hat. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass es diesen Platz gibt und dass der auch immer noch angenommen wird. Ein kleiner Teil dafür, dass er nicht vergessen wird. Bernd ist immer und auch bei jeder Vorstellung irgendwie dabei. Mit dieser Person würde ich gerne für einen Tag tauschen. Ich möchte überhaupt mit niemandem einen Tag tauschen. Was auch ein Statement ist. Ich mache genau das, was ich gerne möchte und was mir Spaß macht und genauso, wie ich das für richtig halte. Sehr gut. Eine dritte und letzte Karte darf ich noch ziehen. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich... Es gibt so viele Dinge, die für mich unverzichtbar sind. Einmal das Stadtbild mit dem Schloss und dem Fluss, mit dem Main. Ich muss sagen, jeden Tag, wenn ich abends von der Arbeit nach Aschaffenburg wieder reinfahre und über die Ebertbrücke fahre, sehe ich das Schloss und freue mich sehr, wieder in Aschaffenburg zu sein, weil ich mich hier total wohl fühle. Bist auch gebürtiger Aschaffenburger. Genau, ja. Und jetzt wieder... Ich komme aus Stockstadt, genau, bin hier aufgewachsen, war zwischendrin zehn Jahre in Aachen gewesen und wir sind vor drei Jahren wieder nach Aschaffenburg gezogen. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, ich freue mich jeden Tag wieder, wenn ich das Schloss sehe und hier sein zu können. Christoph, ich danke dir sehr, dass wir heute Abend gemeinsam in See gestochen sind, im Hinblick auf das Puppenschiff. Jetzt so zum Saisonstart, zur Spielzeiteröffnung, die ja bei euch wahrscheinlich jetzt auch so Ende September, Anfang Oktober war, denke ich, war es ein ganz sinnvoller Zeitpunkt. Zum Ende der bayerischen Sommerferien geben wir noch ein paar, ein, zwei, drei Wochen dazu und dann starten wir wieder, stechen wieder in See. Danke dir, dass du hier warst. Sehr gerne. Ja, ich habe mich bei dir wohl gefühlt. Dito. Ich durfte mich ja wirklich vorhin auch mal auf der Bühne umschauen. Es ist wirklich zum Wohlfühlen, wer sich einbringen möchte, darf sich gerne, glaube ich, bei dir. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch gerne bei mir natürlich melden. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an mitarbeit-at-puppenschiff.de. Die kommt dann auch bei mir raus. Wir können gerne eine Schnupperprobe vereinbaren. Wie gesagt, ich kann Dienstagabends euch gerne mal in das Marionettenspielen zeigen, mal ein bisschen einführen. Nina hat das vorhin erlebt. Ich bin nicht verzweifelt. Ich kann vielleicht sagen, ja, macht das auf jeden Fall mal. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr eine unserer nächsten Vorstellungen besucht. Das geht jetzt bis Ende Dezember. Und aber schon ganz bald kommt das neue Programm für ab Januar. Genau. Und dann wahrscheinlich auch so bis Juni, Juli? In der Regel spielen wir eben genau mehr so Mai. So, wenn es dann wieder warm wird, dann muss man einfach sagen, ist die Theatersaison langsam zu Ende. Die Freiluftsaison beginnt. Und ja, die Zuschauerzahlen nehmen einfach ab bei schönem Wetter. So ist es. Da bleibt nichts hinzuzufügen. Ich danke dir. Vielen Dank. Wenn euch meiner Schaffenburg gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag auf der Homepage des Medienhauses MeinEcho sowie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.